No way. Okay, ich tausche... Ich glaube, das ist gut. Ich tausche Käse gegen einen Schwert und vier Taschen. Holy moly. Äh? Dort ist das dieses sogenannte Streamer-Luck. Come Stormwind. Okay. We need to train your two-hander sword. Alles klar. Anscheinend müssen wir jetzt mit dem nach Store mitlaufen. Ähm, I said that's the so-called Streamer-Loot. Junge, ich hab einfach das Schwert bekommen mit drei Aggie drauf. Kann das sein, dass er nicht mal Deutsch spricht? Also der Typ ist in meinem Stream. What's up, Thunder Ross? And you can't speak German, right? You're an English-Player. That comes into a German-Stream. I am on-Stream. Okay. Thanks a lot, mate. Oh, he's from Norway. I want to join a Scandinavian-Guild again. Is that a Norway-Guild? I was in a Swedish-Guild in Hardcore-WOW. But I don't think here is one, right? Swedish, no. Only sweet bunny here. So, jetzt hat er mich hier nach Stormwind geleitet, damit ich hier... Das ist meine andere Art von Stream-Sniping, ja. Damit ich Waffen lernen kann. Train everything. Did. Oh, ein neues Schwert. Das wird ein Traum sein. Und er ist verschwunden. Wie ein Geist. Er kommt. Ach, nee, da ist er. Ich dachte, er ist weg. I will buy you last thing. Hä? Allein, dass er mir 20 Gold gegeben hat, ist halt krass. Ja, natürlich ist es wahrscheinlich für ERA nicht wirklich eine Summe. Aber für HC-WOW-Spieler, ich habe ja nur HC gespielt die ganze letzte Zeit. Das fühlt sich schon nach viel Geld an. Hey, Lukas, danke für den Follow. Ein wunderschön. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich nehme gerne Hilfe an. Ich habe alles schon mal tausendmal selbst erfahren. Ich würde es auch mehr, ich mache es mir auch gerne einfach mal einfach. Irgendwann muss man sich es auch mal einfach machen. Und Honkydang auch für deinen Follow. If you're lucky, you can find Germany Guild on the server, that would be awesome. I think a friend of mine is an officer in a German Guild. Pass auf, dass er nach den ganzen Gefälligkeiten nicht irgendwelche, dass er nach den ganzen gefauften Dingen nicht irgendwelche Gefälligkeiten erwartet. Oh. Der will mich jetzt ins Gasthaus locken, oder? In Goldhain. Oh nein. Der versucht mich zu verführen, Leute. Aber ich meine, Linde ist auch eine Süße. Och nee. Oh, da ist die Guilde. Oh. I found a German Guild. Lol. Jetzt werde ich gleich verführt. Er meinte, auf 15 boostet er mich in Dead Mines. Ich will eigentlich nicht in Dead Mines geboostet werden. Ähm. Thanks for the boosting offer. I'd like to level solo though. I enjoy questing a lot and doing dungeons on my level. Nach zig HC-Charts darf man auch mal Hilfe annehmen. Genau. Finde ich auch. Anti-Pasti. Oh, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Hat der Might of Manithil. Ich kann ihn leider nicht betrachten. Ich glaube, der Might of Manithil, der Dude. Holy moly. Ach, der ist ein Paladin. Öh. Das wäre ein Warrior. Er hat mir noch was gekauft. Oh. Er hat mir das gesamte Set noch geholt. Thanks so much, mate. Na. Das ist sogesandtes Streamer-Loot, Leute. Das ist sogesandtes Streamer-Loot, Leute.